Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem 1. Mai 2019. Ihr hört die Geek Talk Daily 608 und ich habe heute euch die folgenden Themen bereit. Facebook Messenger, macOS, Aperture, ToDo und Google Pay. Ich beginne gleich mit einem Facebook-Thema, ganz einfach, weil heute oder besser gestern die F8 und somit schon die 10. F8, also die Entwicklermesse, von Facebook gestartet ist. Nächsten steht ja die von Google an und dann gegen Juni, glaube ich, irgendwo herum. Dann auch die von Mac, also Mac von Apple besser gesagt. Und bei der Entwicklerkonferenz gab es einige Neuigkeiten, vor allem zum Messenger. Da kommt jetzt, und jetzt in Anführung, Schlusszeichen sage ich das gerne, endlich eine Mac-App. Wer das also vermisst hat, wird damit nächstens beliefert. Unter anderem nicht nur Mac, sondern auch eine native Windows-App soll dazu folgen. Der soll schneller sein, leichter, heller und End-zu-End verschlüsselt in alle Richtungen und noch ein paar weitere Features bringen, die man haben möchte oder auch nicht, wie auch immer. Des Weiteren wurde bekannt gegeben, dass man jetzt wirklich an dem Teil arbeitet, was alles zusammenbringt. Ein Ding, was bei, ja, was war das, letzten Herbst, glaube ich, ein bisschen rumgegangen ist in diesem Internet. Facebook möchte seine drei Messenger zusammenbringen. Das ist der WhatsApp-Messenger, der Facebook-Messenger und der bei Instagram, die DMs, die man so schreiben kann. Zumindest letzteres gehen mir immer wieder mal unter, weil einfach zu stark in der App versteckt. Aber das würde sich dann natürlich mit so einer gemeinsamen App lösen. Da bin ich echt gespannt, wie das wird. Kommt im kommenden Messenger 5. Das letzte Update war ja der Messenger 4. Und das Fünfer soll kommen. Wann genau, wurde nicht angekündigt. Aber auch hier komplett durch alles hindurch eine End-zu-End-Verschlüsselung. Was ja eigentlich toll ist, weil es bis jetzt nur der WhatsApp-Messenger anbietet und die anderen beiden noch nicht. Somit sicherlich mal kein falscher Weg. Aber natürlich für die Leute, die Instagram nutzen und gesagt haben, ich will niemals mit Facebook was am Hut haben. Das Ganze wird natürlich jetzt auf eine gewisse Art und Weise auch ein bisschen verknüpft. Weiter geht's mit Aperture, der Fotobearbeitungs- und Aufbewahrsoftware von Apple, die viele Jahre lang vielen Leuten, unter anderem auch mir, viel Spass bereitet hat. Auch den einen oder anderen Ärger. Aber welche Software tut das nicht? Und ja, die wurde schon eigentlich, wann war das, 2015 abgesägt, als sie Fotos vorgestellt haben. Damals noch recht eingeschränkt, mittlerweile ziemlich aufgebohrt. Und ja, beim nächsten macOS-Update, also was nach Mojave kommt, wird das Ganze nicht mehr funktionieren. Ab macOS 10.15 müsst ihr also allerspätestens umsteigen, wenn ihr das nicht schon seid. Wenn ihr das nicht schon seid, es gibt in diesem Internet die eine oder andere Anleitung, wie ihr das am besten und einfachsten macht. Vor wenigen Wochen, oder ist es doch schon ein bisschen mehr, habe ich ankündigen dürfen, dass in der Microsoft-To-Do-App es eine Verknüpfung zum Outlook gibt. Wenn man da nämlich eine Mail mit einem Sternchen, ein Sternchen, mit einem Fähnchen verziert, dann kommen diese Mail als Aufgabe bei To-Dos an, unter dem Bereich gekennzeichnete E-Mails. Ich war fast schon soweit, meine kompletten E-Mail-Konten in Richtung Microsoft zu ziehen, weil ich ja unter anderem eigentlich nur mit Trello funktioniere. Aber für Kleinigkeiten habe ich eben die To-Do-App von Microsoft und das wäre das, was mir aktuell noch fehlen würde an Funktionen von der App. Aber das Ganze gab es nur für Business- und Bildungskonten. Jetzt kommt das Ganze auch in die privaten Nutzer, also bei den privaten Nutzer an, während Windows, wie heißt das, Office 365 Account hat und das darüber nutzt, hat die Möglichkeit dann gegeben. Aktuell, bitte aufpassen, nur in der Beta-Version von der To-Do-App. Aber das dauert in den meisten Fällen nicht so lange, bis es dann auch in der Public landet. Somit dürfen wir uns freuen. Zu guter Letzt durften wir uns gestern auch noch freuen über einen Neuzugang im Bereich Fintech in der Schweiz. Apple Pay gibt es ja schon seit 2000 und ich glaube 16. Ein Jahr später kam dann Samsung Pay dazu und Fitbit Pay und Garmin Pay und was es noch alles so gibt. Logischerweise, was uns aber gefehlt hat, war generell unter Android natürlich das Google Pay. Okay, ein Ding, was eigentlich komisch war, aber ja, jetzt ist es da. Man kann es nun nutzen und zwar unter anderem mit Corner Card, wo habe ich es? Boone, Bonus Card, Revolut und Swiss Banker. Swiss Banker ist Bonus Card, Corner Card und Boone hat man bei Apple Pay ja auch. Revolut ist neu und die wollten ja schon lange Apple Pay anbieten. Ich hoffe, das kommt jetzt auch gleich hinten nach. Was auch nächstens hinten nachkommt, ist die Credit Suisse. Das hatten wir ja in der Geek Talk Daily schon mal, glaube ich, letzte vorletzte Woche, dass das Ganze hier in der Schweiz starten wird mit Apple Pay und eben nächstens dann auch mit Google Pay. Genauso will auch die neue Bank oder die Online-Bank Neon bald schon Google Pay integrieren, zumindest im Jahre 2019. Juppie, ich freue mich. Was es dazu braucht, wie ihr es machen könnt und welche Karten wirklich damit kompatibel sind. Und ob Apple Pay auch geht, äh, Apple Pay, PayPal auch funktioniert, wie in Deutschland zum Beispiel, das könnt ihr im Link in den Shownotes nachlesen zu meinem Blogpost auf dem Pogipsi.ch-Blog. In diesem Sinn, das waren's mit den News, die ich heute für euch bereit hatte. Euch einen schönen Tag und wenn ihr mögt, hören wir uns morgen wieder. Euer Pogipsi. Bis dann. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.